Ja, ich geh wieder weiter hier mit Prinzen und der Prinzenrolle, zack, und, ähm, Gegnern und eigentlich hatte ich das ja schon gezeigt, aber egal, das macht so viel Spaß, dass ich das nochmal zeigen darf, joho, zack, ok. Ich weiß zwar, was ich machen muss, weil ich ja schon mal Koka gesehen hab, allerdings ist die Umsetzung, die ich hierbei verbinden, sehr, sehr fraglich, deswegen kann es dazu kommen, dass ich ab und zu mal, also auf einem Scheiß sterbe. Hm, ich fall schon wieder hier runter. Warum? Waaaaaah! Ehh, ehh, ehh. Sehr, 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 sehr. Ok. Jetzt geh ich einfach den ganzen Weg wieder zurück, nur um hinterher, na, was machst du da, Prinz? Um hinterher mal wieder, hier zu versagen. Ach, jetzt mach ich einfach mal einen Klingel. So, das ist schön. Ich hab das auch mal gesehen, wie das geht. Was ist denn da? Schlimmer, tötig. Ich empfinde ich nicht. Ausversehlich richtig eingesetzt. Einerlich. Das ist normalerweise dieser Sturm. Alles Töten in weniger als andersrum getwickelt. Aber ja, das hat nicht funktioniert. Ach, was kommt hier los? Nervige etwas. Oh, ich hasse es. Nein, nicht schon wieder. Oh, Mann. Oh, ho, ho, ho. Wieso? Ja, geht doch. Und jetzt, ja, ich weiß. Boah, pff. Mann, ey. Das gibt's ja gar nicht. Voll. Ach, Kaff. Mann. So ein blöder Prinz. Mach nicht, was er, 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 was er soll. Ach, ich kletter lieber hier rum. Und so kommt es mir wenigstens entgegen. Das macht Sinn. Das macht Laune. Und hier ist er wieder. Noch eine runde Feuerwehr. Noch eine runde Feuerwehr. Dann wird das noch nicht gefordern. Nein, wieso auch? Die Kamera muss... ...natürlich... Ja, jetzt hat's geklappt. Hör, ich habe Feuer gemacht. Bitte, bitte, bitte funktionieren. Ja. Nein! Ah, du... Prinz, ey, ich warne dich. Nein. Nein. Ach, komm schon. Das ist nicht euer... Was mache ich hier eigentlich? Das ist so traurig. Das muss ja ein Anblick sein. Das ist ja... Boah. Das ist... Da war ich schon fast drin. Da fallen wir wieder raus. Wieso? Was habe ich dir denn getan? Springt er schon wieder nicht ab? Ne, der Prinz, der bringt mich noch... Der bringt mich noch ins Grab, ey. Ich schwöre... Oh! Applaus, Applaus! Je-je-je. Nein, du... Dummer Prinz. Jetzt will ich mal gespeichern. Alle mal eine Runde klatschen. Danke. Danke. So. Jetzt gehen wir einfach mal weiter. Mal vergessen, was... Ich werde das jetzt schon aufholen, die Zeit. Oh, das muss ich raten. Ich muss diese Mauer da... Steh auf. So. Mach mal was. Ja, genau. Ja. Diese Furcht. Sie dürfte den mechanischen Turm in Gang setzen. Ich muss ein Portal geben. Und hoffen, dass das Unglück, das diesen Ort einsuchte, noch nicht geschehen ist. Mhm. Hm. Schön... Schön ist die... Der Prinz Martin hat jetzt einen... Suizidgefährdeten... Äh... Suizidgefährdeten... Wandsprüngen... Mann! Dumme Sau! Mach... Ach Mann! Das gibt es doch nicht. Ich hab's aber auch weiter. Einfach... Keine... Gefühl mehr hier. Für den... Ja, man lief die letzten zwei Folgen so gut. Oh Gott! Nein, was ist... Sprung... 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 Hallo? Geht's noch? Komm mal klar! Was soll ich das überhaupt machen? Moment. Was ist das überhaupt hoch? Ja... Ja, wahrscheinlich. Zu 100 Prozent. Nein, zu 110 Prozent. Och Gott! Wieso schmeißt du mich so... Ich bring dich gleich um. Oh... 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 Ich hab's nicht mehr drauf. Ich hab das Spiel... Ich hab das Spiel nicht mehr drauf. Ja! Das war mein Todessprung. Hast du gut gemacht. Danke. Juhu. Warte, wo ist der hinten dran? Oberschaum. Wieso? Wieso? Was hab ich dir denn getan? Das ist unfair. Ich brech dieses letzte Häus ab. Ach, Mann. Nee, ich... Was mach ich denn hier? Jetzt sind die mich... Ich steh mich gerade echt dumm an. Och... Danke. Jesus im Himmel. Wird du... Wird du... Boah. Boah. Ja, Morg von... Morg. Ach Gott. So ein Scheiß. Das ist echt die Hölle. Die letzten zwei Parts, ey. Also der jetzt und... Der davor. Die Hölle. So ein Scheiß, ey. Den kann ich nie mal... Den kann ich nie mal... So. Ich freue mich nicht hier raus, Böber. Damit es dir zum Glück leichter. Genau. Gettin war noch schön, aber das ist einfach nur Rotze hier.